Wir machen weiter mit dem nächsten Künstler, er hat auch Nippel und ist sehr nervös und ich glaube Mirella freut sich jetzt sehr, dass er kommt. Es ist nämlich Gianni, er ist zum ersten Mal im Waschsalon, deswegen bitte, wie gesagt, er hat aber eben auch schon gesagt, sehr nervös und bitte rastet komplett aus für Gianni Jovanovic! Hi, ich bin Gianni. Boah Leute, ohne Scheiß, ich bin mega nervös, ich schwör's euch. Das allererste Mal hier im Nightwash, wie beim ersten Sex und dann höre ich gleich mit so vielen, ja, ich hab da mal so eine Frage an euch, ging mir heute so ein bisschen durch den Kopf, als ich hier hingekommen bin und zwar, was hat ein schwuler Sonderschüler, ein 39-jähriger Opa und ein Zigeuner gemeinsam? Sie stehen alle hier auf der Bühne. Ja, und ich bin hübsch. Ja, man nennt das mehrfachdiskriminierter, ist kein Scheiß. Ja, also quasi so eine Minderheit in der Minderheit, ja. Ein typisches Beispiel für eine, ja, für so einen mehrfachdiskriminierten ist tatsächlich so ein schwuler Zigeuner wie ich. Ja, oder ein geistig verwirrter Politiker, der aus Dresden kommt und ADHS hat. Alexander Gauland. Ja, ADHS ist klar, bedeutet nichts weiteres als asoziale Dresdner hassen Südländer. Ja, bin ja Deutsch-Roma. Ich, sagt euch das was? Nee, ne? Deutsch-Roma, die Älteren unter euch noch als Zigeuner bekannt. Ja, ich stehe eher so auf den Rotations-Europäer. Ja, wenn ihr ganz böse sein wollt, könnt ihr auch sagen, der Scheiß verwichst der Kleptomane mit dem Migrationshintergrund so rum. Ja, ähm, es ist ja so, dass wir Roma, ähm, es ging uns ja nicht so gut nach 1945, ne? Mussten uns ja sehr früh und sehr schnell wieder neu reproduzieren. Ja, es ist tatsächlich so, ich bin super früh verheiratet worden, mit 14. Ich hab eben gerade einen Kollegen getroffen, der sagte zu mir, Gianni, stell dir mal vor, ich hab schon 15 Jahre Eheleben hinter mir. Da hab ich zu ihm gesagt, boah, Alter, was soll ich denn sagen, ich hatte nicht immer 15 Jahre Leben hinter mir. Ja, früh heiraten hat ja auch irgendwann mal zufolge, dass du tatsächlich auch früh Vater wirst. Das ist auch tatsächlich so passiert, ich bin mit 16 und 17 Vater geworden. Mein Sohn ist heute 23 und meine Tochter ist 21. Ich kann mich noch an die ersten Worte meines Sohnes erinnern, als er gesprochen hat, da war der Junge gerade mal 11. Das erste, was mein Sohn zu mir gesagt hat, scheiße, mein Vater ist ein schwuler Taliban. Alter, schieb mich ab. Ja, es wird ja ganz kurios, wirklich, wenn ich mit meinem Jungen hier durch die Ehrenstraße laufe und mich irgendwelche Leute kennen, dann kommen sie auf mich zu und dann sagen sie, ey Gianni, Bruder, live bei dir, hast du einen Jüngeren geholt. Andere werfen mir wiederum vor, Gianni, du bist voll der Perverse, der könnte ja dein Sohn sein. Ja, ja, früh heiraten hat tatsächlich auch irgendwann mal zufolge, dass du dann auch, ähm, früh scheiden kannst, ja. Ist auch bei mir so passiert. Ist kein Scheiß, ja. Ich kann mich aber noch an meine Hochzeitsnacht erinnern. Ja, meine Hochzeit ging drei Tage lang, als es um den traditionellen Beischlaf ging, kam meine Oma noch zu mir, weil sie mich noch so richtig empowern wollte. Was meine Oma zu mir gesagt hat, war folgendes. Sie sagte zu mir, Gianni, wenn du es nicht schaffst, deine Mom zu stehen, werde ich allen Leuten erzählen, dass du Mädchenklamotten trägst. Natürlich habe ich meinen Mann gestanden, aber auch erst dann, als ich das Brautkleid meiner Frau angezogen habe. Was scheiße war, es war wirklich scheiße, wir konnten leider am nächsten Tag nicht in die Flitterwochen fahren. Meine Frau musste in der ersten Stunde Mathe nachsitzen. Und ich hatte noch das Brautkleid an. Ja, schönes Bild, ne? Oh, ja, hoch die Tassen. Ja, ist wirklich so, ähm, so als schwuler Zigeuner durch die Welt zu gehen, das ist ja nicht so einfach. Da kommst du ständig irgendwelchen Diskriminierungen entgegen. Mein eigener Vater, mein eigener Vater, stell euch das mal vor. Als ich meinem Vater erzählt habe, dass ich schwul bin, da war ich Anfang 20, das Erste, was Papa gesagt hat, Da legst du mich in die Arsch, Junge. Ich schwöre, du bist ein Perser. Habe ich gesagt, nein, Papa. Die Perser sind die mit den gemachten Nasen, das heißt schwul. Ja, wir Roma sind schon sehr bizarr unterwegs. Wir haben auch übrigens eine sehr bizarre Sprache. Das ist das sogenannte Romanes. Das ist eine Mixsprache aus dem Sanskrit und dem Deutschen. Ich bin eigentlich eine Bollywood-Schönheit, ne? Mal so nebenbei. Ich mache euch mal einen Vorschlag. Ich zeige euch mal, hört scheiß die Wand an, meine Fresse, die Aufregung. Also nochmal, das hört sich auf sehr bizarr an. Ich mache das mal vor, das hört sich auf Deutsch an, den mein Papa nicht begrüßt. Dann hört sich das auf Romanes so an. Ich habe es so gut, ich habe es rass im Rebellé. Ich versetz das mal auf Deutsch. Das heißt nichts weiteres wie so, hey mein Junge, wie geht's? Ich küsse deine Hoden. Unglaublich. Seit Papa weiß, dass ich schwul bin, sagt er nur noch, hallo, wie geht's? Ja, das ist so gewesen. Ich sage euch das, Leute. Aber es war dann so, dass mein Vater irgendwann mal meinte, doch tatsächlich mich zum Arzt zu schleppen. Weil er mit meiner Homosexualität nicht klarkam. Der wollte tatsächlich, dass der Arzt mir heteromachende Pillen verschreibt. Stellt euch das mal vor, Leute. Heteromachende Pillen, ohne Scheiß. Wenn es die gäbe, würde ich ganz Köln heilen. Am Schluss hat Papa die Pillen selber gefressen, um prophylaktisch nicht schwul zu werden. Das hatte aber leider ein paar Nebenwirkungen. Papa liebt jetzt als transsexuelle Bettlerin. Leute, ich habe wirklich eine Sache, die ich noch erzählen muss. Meine Enkelkinder, die sind ja jetzt 5 und 6. Ich bin ja auch bereits schon Opa. Das ist immer ganz süß, wenn meine Enkelkinder zu mir kommen. Meine Enkeltochter, die übrigens Kleingeld heißt. Kleine Maus kam letztens zu mir. Ich habe ihr einen Satz Lego geschenkt. Und dann kommt die Maus zu mir und dann sagt sie so zu mir, Du Opa, kannst du uns zeigen, wie man mit Lego ein Haus baut? Dann habe ich gesagt, nein mein Schatz, das kann ich leider nicht. Ich kann euch aber zeigen, wie man Lego klaut. Scheiße, was soll die Kleine auch mit Lego ein Haus bauen? Die wird später sowieso im Wohnwagen groß. Meine Enkelkinder lieben es auch unheimlich gerne, wenn ich ihnen irgendwelche Märchen erzähle. Es stehen dann zwei zur Auswahl. Entweder Roma Räubertochter oder Rotkäppchen. Ja, aber das Rotkäppchen in der Gay Edition. Ich spiele euch das mal vor, das ist ganz süß. Die stehen dann dann so vor mir mit ihren großen braunen Augen und sagen dann, Großvater, Großvater, warum hast du so große Augen? Weil ich Wimperndtusche benutze. Oder Großvater, Großvater, warum hast du so lange Fingernägel? Weil ich zu Freshnit gehe. Oder die entscheidende Frage immer, Großvater, Großvater, warum hast du eigentlich so einen großen Mund? Habe ich euch eigentlich was von meinem Mann Paul erzählt? Nee, noch nicht? Naja, kommt dann vielleicht im zweiten Gig oder so irgendwann mal. Der Paul, ja. Ja, Leute, eins habe ich wirklich auf dem Herzen. Es ist heute scheißegal, was du bist. Ob du Roma bist, ob du Syrer bist, ob du Düsseldorfer bist. Ja, meinetwegen auch so ein Seehofer. Ja, lieber Respekt und Anerkennung. Das ist das Einzige, worauf es wirklich drauf ankommt. Wenn meine beiden Enkelkinder irgendwann mal groß sind, habe ich nur den Wunsch, dass sie sagen, Weißt du was, Opa Gianni? Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich bin stolz auf dich. Das wäre mein Wunsch. Vielen Dank. Johnny Yovanovich! Applaus Vielen Dank.